hallo und herzlich willkommen zu einem neuen counter-strike video von mir leider ist bei der aufnahme irgendetwas schief gelaufen so dass mein mikrofon sound anscheinend nicht mit aufgenommen wurde warum auch immer und ja deswegen hörte mich jetzt in den folgenden über 45 minuten nicht wie gesagt warum kann ich nicht sagen ich wünsche euch trotzdem viel spaß mit dem video und lasst doch wenn es euch gefällt einen daumen da und vielleicht ein abo und jetzt viel spaß mit dem video der griff ist der necke haben sie doch schon geändert war das war mit die erste war für die geändert wurde weiter wer hat denn bei euch das wieder richtig aus das ist der schwänz meglutsch kultivisch nö buddy join your channel hallo Ich hab nur das Gefühl, er ist deutsch. Ich bin deutsch. Ich bin deutsch. Nix deutsch. Seid dem Premade? Vielleicht? Vielleicht? Ja, sind wir. Alles klar, ich weiß nicht wie ich spiele, ich kriege irgendwie nichts auf die Reihe. Das ist gut. Oh, wir gehen B. Ja, das ist nicht immer. Oh, scheiße, die Bombe. Ja, die Bombe wird übrigens auf B geblendet. Ja, nice. Einer ist Konstruktionen. Genau. Alter, Russel drückt. Bei Untie, Stefan. Bitte, ja. Da läuft, würd ich sagen. Läuft. Ich einmal getroffen. Okay. Da wird schon genug. Wieso hast du jetzt schon wieder genug? Weil ich keinen einzigen getroffen hab. Ich hab zwei Magazine verbandert. Ja, hätten wir Revolver gehabt. Nein, Mann. Nein, Mann. Ich glaube, ich benutze nie wieder die Vlog. Hat er einen Smoke? Nein. Das macht mich traurig. Das dachte ich mir schon. B könnte pushen. Pushen nicht, das traurig war die Clashen. Einer sind Apps drinnen, da. Können und darf sein. Nein. Da kann. Bord soweit clear. Einer ist live ruhig. Der Schwan hat gekauft. Er hat einen Attack gekauft. Er hat einen Attack gekauft. Ja. Nein, nein. Hit. Wollen wir ihm die Testdaten geben? Ja. Ja, macht ihr mal. Macht ihr mal. Ja. Ja. Aber er kommt. Ja. 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 Ich bitte. Ja. Ohne Spaß. Ja. Ich hab den von der M4 A1. Man muss den von der M4 A1 hier. Nimm mal die M4 auf. Weiß nicht, Balkon ist man nicht sicher oder? Oh, Balkon nicht. ist der sound schlecht alter kriegst du richtig durchfall von der sg gott ist der sound ekelhaft ja 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 aber darauf stehen die ladies Ich bin aber keine Lady. Das ist ein richtiger Ladyboy. What? Du bist mein Ladyboy. Zeit, dass du die mal rausschmeißt. Dein Auto? Okay. Die smoke rechnet einen ab. Oh, einer ist im Dark. Kann sein, dass sie genau klingen wie die Auto-Sniper. Nice. Was ist das? Backdown. Letzte, da sind noch ganz viele. Ein ACT. Jetzt nicht mehr. Kurz. Oh, eine Hühnchen. Hühnchen. Ja, komm. Ja, komm. Schwänz meglutsch. Auf jeden. Jetzt hab ich's doppelt gesagt. Jetzt hast du's doppelt gesagt, ja. Moment mal, hat der doppelt gesagt? Hm, vielleicht. Wer hat mir die Hütchen getötet? Ja, das war mein Hütchen, ihr Asis. Kommt, euer eigenes Hütchen. Ich glaube, es war Jona. Ich hab grad Jona beobachtet, wie er mit dem Messer ein Hütchen kaputt gemacht hat. Nee, ich kann nur nicht aingen. Ich hab auch ein CTG aingen. Slow, slow, slow. Der Eide kommt von der Library. Gut. Mitte. Komm, long. Einer long. Long, long. Mitte. Mitte 80. Ja, das war's. Ja, die Granate hat er gut getroffen. Ja, das stimmt. Thomas. Wollen wir gleich noch ne Runde. Warum nicht? Wird's etwa Motorrad fahren? Nee, nee, nee. Jetzt hab ich erst mal gezockt. Nicht mit Motorrad fahren. Könnt ihr vergessen. Come on, come on, let's go. Fahr doch zur Arbeit mit dem Motorrad, dann ist gut. Nicht doof. Motorrad fahren können, wenn ihr tot seid. Ey, Moment mal. Moment mal. Was? Wir sind rein. Wir sind rein. Wirl. Flirma. Ist dann auch okay. Das ist gut gemacht. Das hat er noch nicht gut gemacht. Durch die Wand. Banane, Alter. Einer ist in Pit. Kannst du mir mal sagen, warum ich einen Asi auf den Bot bekommen hab? Banane mal letzter? Weil du den Typen, der den Bot übernommen hat, gekillt hast. Dafür gibt's einen Assi. Ja. Der hat ne Arbeit, wahrscheinlich wird er safen. So lang. Du hast schon wieder Doppel gesagt, moin. Ja, auf jeden. Verhext. Also. Was für den Alten. Glücklich, ey. Was? Hast du da ein Hähnchen gefickt? Also, wir reden hier von Jona, was erwartest du? Weißer, was sieht jetzt denn? Kein. Oh, shit. Wo war er? Du brauchst nicht Doppeldrehen. Ja, ich weiß, auf jeden. Das ist aber einfach ein Reflex. Ich bin selten mit CSGO-Spielern im Team, äh, TS. Ah, okay. Thomas. Thomas, super. Punkt für dich. Du hast vollgelegt. Let's go, let's go. Was? Ja. Dein Waffenkauf ist an Flieg, mein Freund. Feuer. I am throwing smoke. Was? Also, wir haben nur Arme. Smoke. I am throwing a blood bank. Willst du mich verarschen? Jona, kannst du mal bitte... ...rechts... ...freschen? Und go. Balkon hier oben, 70. Library, mit der Habe. Ja. Selbst Arthrist. Bleib. Auf da, auf da. Echt? Aber wenn schon mal soft geht. Wie nett. Hm, 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 hm. Kann ich da kaufen. Hm, hm, hm. Das ist ein Lippe, der kann sogar droppen. Vielen Dank, die ist ja hässlich. Dann kann ich ja noch mal droppen. Unglaublich. Äh, gehen wir auf A oder auf B? Freitest. Freitest. Wir gehen A long und dann auf B, okay? Was wir ließen? Da wo der erste Frag dann fällt, ganz normal. Ah, Herrs! Warte auf, wie zum hab? R 16? Ah, aber, rechte Seite, schon feel. 0. A hey. Ah. r 11,000 остановiert. Aber dauer. Eh, Bombe ist, auf den. So. Falko? ... Kid Er war bei Nahen, bei Nahen, bei den Sandbags Oh mein Gott, warum steht der denn auf Banane? Von da kam die Flash. Machen wir eine Echo? Ja. Willst du mehr Glutsch? Komm mal bitte eine Tekken. Oh cool, danke. Dürfte ausrechnen, Lüfte ausrechnen. Ich nehm, ich nehm, ich nehm. Oh fuck. Was hecken mit durch waschen mal? Na los. Lass den Thomas nicht rumgehen. Ja, dass er Partners ging. Er hat die Geld wieder zugeschlagen. Ja, hat er. Ja komm, Alter. Ich bin aufhin, äh, rechts. Oh, mit Bretten. Kommen wir eine Echo? Also ich könnte auch kaufen. Na, kaufen wir. Kann auch droppen. Jo, das sieht gut aus. Thomas, Mitte oder B? Ah, okay. A, bei Mitte, down. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. I am throwing smoke. Ah, gut, nah. Wulff! Oh! Was? Schönen, unser Heu. Das muss da gewesen sein. Zwei auf A. Einer mit A war. Ne, fick er mich durch die Smoke erwischt. Bei einer anderen Steps. Bei einer anderen Seite. Was ist denn mit dem Boot? Was ist denn mit dem Boot? Wie schaffst du das eigentlich? Wulff, kannst du noch mal einen Arcade drücken? Ich krieg auch einen Arcade drücken. Oder, warte mal, ich kann keiner abspielen, den Noobs. Oh, Noobs. We must move. Danke. Hey, oder dafür darfst du den großen Lully raussuchen? Hippie. Ready, Dump? Hey, der ist viel später. Dead stays macht nichts. Einer. Oh, kommentinen. Ja, wir machen uns noch nach dem Boot. Oh, kommentinen. Neues. That's Alien. I'm smoke alone. Let's go. Throw me the Blood Bank. Und durch. Einer ist auf B. B down. Ich krieg's nicht auf die Kälte, wirklich, sorry. Alles gut. Solange du Welt bist. Moment mal. Auf and Drop. Jop. Warum sack ich grad eigentlich so? Guck mich mal an. Soll ich rüberkomponieren? Ja bitte. Du, ich war mit Revolver und Flieg, ja also. Da war ja... Da war ja... Ja, aber ich hab wieder mit dem Revolver mal wieder nisch getroffen. Der Revolver ist doch bei die Kälte. Der Revolver hat mich versaut. Jop. Wof... Wof. Der kommt. Wuh? Warum? Wieso ya? Lass wieder Argen. Und go. Arches steppt. Oi oi oi. Oh ist gut. Was? Leuchtpiff. Ja, Library. Sie hat 20 AP noch. Dein Witz. Terroristen gewinnen. Dieser Disco Ciputella geht mir auf den Sack. Ganz schön. Ich glaub den wird mal kicken. Der geht hier auf den Sack. Dieser Disco Ciputella. Moment mal. Ach der ja. Hehehehe. Lass uns mal rein. Let's go my friend. Boah Thomas die Flash. Das schmerzt mich das nicht. Meiner war da angegucken. Fick dich. Wer kommt? Fick dich. Fick dich. Oh mein Gott. 81 AP. Wuuu. Ich gehe ab und meine Laps. Bitte. 50. Partner kam. Throw in the smoke. Ich würde sagen, geben wir auf Beber. Der ist eine Finte, ist okay. Ich gebe auf A. Nein. Nicht zu viel bewegen. Boah das ist voll gemein. Was Stefan ist. Das war echt leidigend. Ey Moment mal. Nein. Ja sowas kann leidern, weil ich das tut mir lauf. Hör auf. Ehh. Dann hast du den Bomben. Ehh. Ehh. Wohin da. Fertig. Ehh. Danke dir. Ich hab schon. Ich hab die Arbeit nur an. Ich hab die Arbeit nur an. Ich hab die Arbeit nur an. Er ist jetzt so eine Drecksacke. Alter, was für eine schwule Donate, an B, zwei Leute an der Karre. Du musst die Pistole nehmen dafür. Ja, das geht auch so. Ich zeig dir, wie das geht. Wir sollten immer auf A aufgehen, die B ist ziemlich egal. Geht. Geht. Pass auf. Was der will. Du hast die Pistole nicht gehabt. Nein. Oh. Nein. Pass auf. Geht so der Hammer. Hau da. Schmuch. Fuck. Im Pit. Und er wartet auch bis er nachlädt. Fertig ist mit Nachfahren. Ja. Hau mal da. Hier rein. Jetzt ich auf den. Oh. Schmischen. Wie auch immer du ihn getroffen hast. Er ist nicht gelaufen. Das finde ich halt getroffen. Kann man da droppen? Letzte Runde. Ja, ich könnte eine AK nehmen. Ja. Ich kann auch noch brauchen. Er droppen ja, Scout. Ja, cool. Danke, ne? Ja. Bring ich neben die. Nehm die andere AK, die da liegt. Moment mal. M4IS? Was? Das ist Fragezeichen? Was? Machen wir bitte und Balkon push. Ne, lassen wir ihn nicht Balkonee. Na komm, wir könnten nicht Balkonee. Dann smoke ich rechte Mitte ab. Clash. Stefan, warte noch mal. Clash. Das geht auch. Wird auf B durchgehen oder? Ja. Ja. Ja, da ist halt der Arches links, plötzlich Nur noch A, aber auf B, oder? Wir sitzen auf A, äh, wir gehen auf A wie jetzt heute Pit? Pit kriegen wir, Pit kriegen wir, Pit kriegen wir Linke Ecke, ja Kommt von oben Ich bin doch gut, oder? Ich tippe, er kommt von Mitte, die Arse Ah, fickt er die Hände, Alter Arse, Mitte Low HP, weiß ich Der MD ab War ne Decal? Oh Ballkunde Alter Spielzeit Weiss Der hat nen schönen No-Scope gemacht, ne? Der war echt schön Ah, fickt der, Alter Ich würde ihn bitte machen Negative Ich B Ich geh auf mit B Das ist Negative Loser Let's move out Ein ARB reicht Okay, ein ARB, das sind die Idee Nein, 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 nein Ein ARB, okay Nein Ich übersagen Ich geh mal rüber Oh, du fliegt lang Ich bin nicht Die Ich bin nicht Aber ich bin nicht Ich bin nicht ich hab ihn 60 gegeben und wer kriegt den assist? der gut sein ich hab ihm 60 gegeben? wie hast du ihm gegeben? 5? darf man beißen kaufen ok? nee jona wir wollen vielleicht das Spiel auch hier win na ich dachte beißen würde ich bitte ja lass das selber auf den machen ok? defy boy was sagst du? ja das linke Seite hat er sich versteckt hinter der Bande ja du holst die scheiße Kitzile alter oh der snaps drin und kommt raus T oh cool er kommt die Kroko er geht B weil er es Bananen hat das ist weil Stefan unbedingt die U-P kaufen musste bisi bisi das ist nein das ist die Biese und er hat 70 wie hab ich einen assist gegeben? das verstehe ich nicht ich hab ihm 50 gedrückt äh 15 ja deswegen das ist fucking beleid Thomas ich hab den einen Typen 71 runter gedrückt äh move move flashback flashback throi flashback grenade out grenade out da hat er einer gucksteuer hu hu flashback grenade out throi fire wo war er jetzt ist noch einer ok er kommt gleich hoch warte ich smoke mal für dich warte 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 nicht smoke nicht smoke f*** dich alter was war ganz so spät alter mann durch deine scheiß smoke jona einer ist Elbs kommt da oder ist er da ich gehe in Richtung A jona wie geht A gut die Bombe ist bei ihm f*** ich f*** ich denn der ist noch die umgekehrt du hast die smoke direkt vor mein Gesicht her na 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 geht jetzt Kinder zum euch streiten ich komm gleich rüber zu dir oh fuck oh fuck ey ey ja ich sehs nicht helh sag ich komm rüber zu dir helh 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 ich will die zauern ich will die zauern hast du auch neu oder? ja bestimmt mal alter die Bunkamp war hier auch zauern ne die k warte zu du drogst mir jetzt ne ein 4 das ist ein Negative jetzt braucht nichts ne 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 das ist gut sehr gut Ich hab die Stelle falsch. Warte rauschen. Was ist der? Hast du eine Granate? Ja. Warte mal meine Namen. Der Grenade? Ja. Thomas? Thomas. Da war noch einer bei T. Ja, warte nicht hinterm Auto. Alles klar Alter. Ah, ist frei. So, besser planten. Nee, warte. Jo, das ist meine Lieblingswaffe. Kacke. Stefan, du weißt, warum das passiert ist? Ich könnte... Weil du mich nicht zugesmoked hast. Weil du mich nicht zugesmoked hast. Weil du mir meine Waffe nicht wieder gegeben hast. Noch mehr, noch mehr. Das ist meine Waffe. Will das nicht. So, gib mal Banane runter. Ja, ne? Gut. Alle Banane runter, ist gut. Aber warte auf die Flash. Ich hab eine. Warte. Bleib zurück. Du hast die Flash? Bleib zurück. Bleib zurück. Bleib mir stehen. So. So. Einer ist bitte hoch. Einer ist bitte hoch. Einer ist T. Und A, W, P. Der guckt immer noch. 2, 2 T. Nein. Ist auch zu schnell. Einer ist mit einem Testpunkt. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. Dünn mit Brett, letzter B, warten wir mal auf... Blue? Montrunboost, W geht A Bomb has been planted A geplanted B A Constructions hinten 46 Tja, hätte Thomas den richtig getroffen oder... Negative Kaufen Kaufen? Kaufen 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 So, dann bleibt mal stehen, eine Sekunde Komm mal bitte Jetzt kann ich dich messern Halt Genau, einen Moment Achtung Schwule Flash, Alter Aufwärm im Tiff Wo ist er? Wie habe ich dich daneben gesetzt? Ich geh rüber Ich geh rüber W- W- Bitte kommt Was war Fuchsbau? Baum Construction Nix Nein Die ganze Zeit Bananer Echo? Ja Bananeraschen oder Mitte? Ich koch wieder ne Flash, lass Bananen gehen Hätte ne Smoke gelegt Alle Bananen, fuck it Alle Bananen jetzt einmal durch Alles klar Move it, move it Wollen wir die Waffen dann saven oder? Nein Ich fahr ein Einer Noch einer T-Spawn Starbe Einer second bit Home Bomb Ich gebe ihm 90, das reicht. So einen einfachen Mann wie mich. Das ist ein Negativ. Throwing smoke. Throwing flashbang. Grenade. Granada. Ach wie kreise. Respawn zweimal. Pass auf, kommt einer. Ich gehe rüber. Banane kommt. Versteck dich. CT ist. Warum? Bombes B. Einer ist Fuchsbau. Warum auch immer. Fuck, Jonah, wo warst du? Oh fuck, ich dachte, du bist schon tot. Oh, nee. Letzter war Fuchsbau. Letzter war der letzte aus Banane. Letzter war der letzte aus Banane. Beide Magazine waren gerade leer von der Person und von der Empfehlung. Und Jonah ist einfach mal ein Konzfaktion geraden. Und dachte so, oh nee. Oh nein, wir wollen wieder. Nein. Weißt du was, Stefan? Nee, hier fahren wir's. Farmer war ich noch nicht spät heute. Vermöss. Vermöss. Ich hab keine Granaten. Was hast du? Ich hab keine Granaten. Die weg mit einer. Die war gut, die war echt gut. Action in der Mitte. Stefan, hast du Flash? Nee, gar nichts. Wie? Ich hab vergessen zu kaufen. Bomme down. Die rüber. Ich hab die Bomben. Was bin nicht weinig für uns. Ich hab die Bomben. Ich hab die Bomben. Ich hab die Bomben. Ich hab die Bomben nicht gefunden. Nein, das war das. Weitere Wettere 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 nicht. Butere Wettere nicht. Deppere Wettere. Das war das. Meistere Wettere. Oho, der denkt ja was machen Bara Bara Warte Thomas braucht Stop Oh fuck Achso dankeschön für den Job Davon hast du Granate? Ich hab Flasht 2 Nicht rein Flasht, warte noch Warten Oh das sieht aus, hier kommen sie schnell Das stimmt Noch einer Flasht wie so Banane ist Banane Was Banane ist Banane? Zwei Banane Wie war der daneben alter? Einer steht T-Spawn Es ist durch meine Flames gerannt Das hat mich irritiert Das hat mich auch ein bisschen irritiert Aber ich hab noch zwei geholt Jetzt geh mal auf der Seite Müssen wir pusten Pusten Auf jetzt Scheiße Einen telefonieren Kram von Banane einer Kram 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 Ich weiß nicht jedenfalls durchspeit ich mehr auslachen soll Ja Der Typ der mit der P90 nicht getroffen hat Kaufen wir? Ne Aber Naja Hä? Okay Das ist es Cool, danke Stefan, soll ich ne Flash kaufen? Ja, ich kaufe ne Flash Das finde ich ist ne gute Idee Ja Zwar das Original, nicht so ein Fake die, oder? What? Ne, hast du nicht Ohhhh Ich weiss nicht wie Führt mal weg Ok 42 Hab ich ihn gegeben Ahem Man Scheiße Schwuler Fuchsbau Alter Hä? Die sind jetzt Bananen da an? Die sind auch A auf Spot. Sehr schön. Junge, das holen wir easy. Let's go. Oh Gott, bin ich scheiße. Einer hat kurz vor Graveyard. Der nicht? Der war auch nicht vor Graveyard. Aber wir hatten den Tydlich nicht getroffen. Ja, der hat mich halt nicht gesehen, ne? Alter. Also da kann man schon mal hier, ne? Ja. Ja. Können wir kaufen? Nee, aber ich dachte hier, dann habt ihr hier ne OMP und dann hol ich mir eine auch. Hä? Der war, hast ne Nate? Ja. Hast ne wirklich? Ja. Grenade out. Grenade out. Sauber. Die haben jetzt schon keinen Bock mehr, ich geh mal rüber. Throwing smoke. Granate, Banane. Granate, Banane. Granate, Banane. Laying down smoke. Flashbang. Flashbang. Ja. Hast du noch ne Smogschäfer? Die hab ich schon hingeschmissen. Oh. Wo ist sie? Du meinst Tunnel? Banane ist immer noch. Ja. Banane kommt hoch. Banane flasht. Ich hab wohl diesen Banane in den Spielgang heim. Wie? 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 Ich hab's da auch hin. Der letzte hat er nur. Der letzte ist auf B, ja. Wie. Wie viel hat er noch? 70. Null Oh Pinchen Pinchen Brauch jemand was? Ja Autosniper Scheiße, kein Geld Willst du AK spielen oder M4 Nee egal, dann legst du auf AK Danke dir We are going on a windy walk here There you go What an AUG alter, wer spielt denn heutzutage noch AUG Ich hab letztens einen gesehen, der war richtig nass War früher auch nass mit AUG Und dann kamen die Wände Oh, jetzt sieht die denn so kacke an Flaschbank Er hat jetzt eine Flash Ja, komm komm komm, boost mich Flaschbank Dann geh ich mal wieder Flaschbank 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 So, na wieso Oh, ich dachte das werden ein Gegner Flaschbank 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 Einer erbt es mit Schock Bombe Bombe Kuckuck wo ist der letzte